Du schießt immer irgendwer mit den Flumen drauf, da muss ich immer neu bauen und da fehlen jetzt ein paar teure Leute. Jetzt habe ich es bei euch schon zu denken. Ich habe auch einen Lego-Katzen, diesen fetten Kübel, aber ich habe das Lego. Der Elvis hat einen guten Hechtwagen-Katzen, aber der kann nicht so lange machen. Kann er Instagram-Katzen?